Moin Moin zusammen, der eine oder andere hatte in den Kommentaren gefragt, wieso ich mich für den Fiat 500e entschieden habe oder wieso ich mich überhaupt für den Fiat 500e La Prima entschieden habe und nicht für den Alken beispielsweise. Auf diese zwei Fragen werde ich anhand ein paar Kriterien heute eingehen. Zu Beginn würde ich mich noch freuen, wenn jetzt vor allen Dingen neue Zuschauer den Kanal kostenlos abonnieren würden. Ich würde gerne die 1000 Abos dieses Jahr erreichen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt kostenlos ein Abo dalassen würdet. Und ja, genug geschnackt, fangen wir auch gleich an. Das Hauptkriterium für die meisten ist ja der Preis und das war bei mir auch nicht anders, möchte ich gar nicht leugnen. Ich hatte auch noch andere Wertmachstäbe, auf die werde ich später eingehen. Deswegen ein paar Kriterien heute. Aber der Preis war für mich auch sehr wichtig. Mein Budget war eigentlich 20.000 Euro, bezahlt habe ich 25.000 Euro. Also ich habe mir vom Autohaus vielleicht die teurere Variante ausschwatzen lassen. Dazu aber auch später mehr, dafür gibt es auch eine Erklärung. Rein preistechnisch sind also nur gewisse Autos in Frage gekommen. Ich wollte aber auch später mehr zur Reichweite, auch kein Auto mit geringer Reichweite haben. Also du kriegst auch für 5.000 eine Zoe, aber das wollte ich einfach nicht. Was kam denn an Autos in Frage? Fangen wir gleich mal an mit der engeren Auswahl. In der engeren Auswahl war der Fiat 500e und der ID.3 Pure. Also die günstigste Variante, die man mittlerweile gar nicht mehr bestellen kann bei VW. Dann der Corsa E, der E Peugeot 208, das ist ja das Schwestermodell zum Corsa E. Der Mini Cooper SE, die Renault Zoe und der Honda E. Der eine oder andere wird vielleicht jetzt merken, dass ich hier zwei Fahrzeugklassen zusammengemischt habe. Also Kleinwagen und Kleinstwagen. Das ist ja ein Kleinstwagen. Eine Renault Zoe wäre eher ein Kleinwagen. Wobei der ID.3 auch mittlerweile kein Kleinwagen ist. Also man würde ihn auch eher zur Kompaktklasse zählen, soweit ich weiß. Ja und preislich hat sich dann der Fiat 500e durchgesetzt. Ich habe 25.000 Euro abzüglich 11.000 Euro Förderung gezahlt. Das Ganze ist ja so, dass man 9.000 Euro bekommt von der BAFA. Also die Umweltprämie und der Herstelleranteil ergeben normalerweise 9.000 Euro. Zumindest noch dieses Jahr, wie es nächstes Jahr aussieht, weiß man natürlich noch nicht. Ich habe noch 2.000 Euro vom Autohaus bekommen und dementsprechend habe ich preislich den Deal akzeptiert. Und wieso ich überhaupt die 5.000 Euro mehr in Kauf genommen habe, dazu werde ich in den weiteren Kategorien unter anderem darauf eingehen. Nachdem ich an die Preisfrage einen Haken setzen konnte, war das nächste, was mich interessiert hat, okay, wie sieht es mit der Verfügbarkeit der Autos aus? Wie ich bereits genannt habe, der ID.3 Pure ist nicht mehr bestellbar. Ich hätte ihn noch bestellen können, aber wenn man sich die aktuellen Lieferzeiten anschaut bei Volkswagen, bin ich ziemlich froh, ihn nicht genommen zu haben. Aktuell wartet man ja bis 2023. Verfügbar gewesen wären eigentlich alle anderen Konkurrenzmodelle auch noch. Also Renault Zoe hätte ich auch noch bekommen. Ist ja mittlerweile auch schwierig. Und auch Honda e und Corsa e müssten auch noch verfügbar gewesen sein. Also da gab es kein Problem. Der Fiat 500e war ja eh in der engeren Auswahl und da hat dann aber auch die Verfügbarkeit gestimmt. Ursprünglich geplant waren 5 Monate Auslieferungszeit. Das ist aktuell immer noch so. Also die bauen wirklich schnell diese Autos hier zusammen. Und ich habe ihn tatsächlich nach anderthalb Monaten bekommen. Ich konnte ihn noch nicht abholen, weil ich damals noch nicht mal den Führerschein hatte und auch noch nicht 18 war. Aber als er dann 18 war, habe ich ihn dann übernommen. Das heißt, ich habe glaube ich im Oktober bestellt und im Februar habe ich ihn übernommen. Also ich habe ihn eigentlich nach Plan übernommen. So nach 5 Monaten habe ich den Wagen übernommen. Es war nämlich von Anfang an geplant mit dem Autohaus, dass ich ihn eine Woche nach meinem Geburtstag abhole. Ich habe ja im Februar Geburtstag, Anfang Februar, da wurde ich 18. Ja, und der Wagen stand dann die ganze Zeit dort rum. Die haben den regelmäßig geladen und sich gut drum gekümmert. Und das Autohaus war auch sehr freundlich und hat sich bereit erklärt, den Fiat 500e dort stehen zu lassen und sich allgemein um ihn zu kümmern. War auf jeden Fall sehr korrekt von dem Autohaus. Ansonsten hätte ich da Probleme bekommen. Aber es hat ja auch keiner wissen können. Es war ja von Anfang an eigentlich geplant, dass ich 5 Monate auf ihn warten muss. Also, das zeigt uns das wieder. Nicht nur bei Tesla kann man positiv überrascht werden mit Lieferzeiten. Auch beim Fiat kann es sein, dass man früher seinen Fiat bekommt. Und so, rausgefallen aus der Liste ist nach dem jetzigen Stand von den Kriterien her ja der ID.3. Weil die Verfügbarkeit jetzt einfach nicht gegeben war. Und auch preislich, wir uns da, so wie ich ihn eigentlich haben wollte, den ID.3 schon wieder Richtung Model 3 langsam bewegt haben. Also weiter weg vom Fiat 500e oder den anderen Konsorten. Jetzt ist das Ganze so, dass ich auch auf Langstrecke gehen wollte mit dem Auto. Viele würden jetzt einfach sagen, ja, es ist ein Kleinwagen, vergiss es, Langstrecke, das geht nicht. Aber wir haben einen Tesla Model 3, aber das gehört meiner Mutter. Und ich möchte ständig meine Mutter fragen, wenn ich jetzt Langstrecke fahre, ja, darf ich das Tesla Model 3 haben? Wenn ich zur Oma fahre beispielsweise. Ich habe ja schon ein Langstreckenvideo zur Oma gemacht. Also meine Fahrt zu meiner Oma, die wohnt ja 400 Kilometer von hier entfernt. Und das ging problemlos mit ihm. Das habe ich mir jetzt schon gewünscht. Und das hätte ich bekommen mit dem Corsa E, mit der E 208, also von Peugeot. Der Mini Cooper SE wäre rausgeflogen und auch der Honda E, weil die einfach von der Reichweite und das zweite, was auch wichtig ist, von der Ladeleistung da nicht mitgehalten hätten. Und Renault Zoe hätte noch gepasst. Ich habe gerade schon genannt, ein weiterer Aspekt, die Ladeleistung. Die habe ich jetzt zusammen in den Punkt mit der Reichweite gepackt. Das ist für mich so ein, ja, die hängen ein bisschen zusammen, die ganzen Aspekte, weil, was bringt dir die Reichweite, wenn du eine scheiß Ladeleistung hast? Der i3 stimmt, den i3 habe ich komplett vergessen in der Liste, spielt aber keine Rolle, weil der wäre auch jetzt rausgeflogen. Der i3 hat zwar eine gute Reichweite, ungefähr wie er, vielleicht ein bisschen länger, so 220 habe ich schon gehört, bei 120 Tempomat. I3-Fahrer bitte jetzt kommentieren, wie der Realverbrauch ist. Aber die Ladeleistung, Leute, was hat BMW da gemacht? Die produzieren dieses Auto schon sehr lange, jetzt wird es ja eingestellt oder ist schon eingestellt. Aber die Ladeleistung ist echt nicht mehr zeitgemäß. Also 50 Kilowattstunden schafft das Auto ja maximal am CCS und ich habe gehört, das schafft er auch wirklich nie in Praxis. Das ist wirklich schon, wirklich schlecht für die langen Strecke. Wenn man überlegt, der Fährt 500 E schafft 85 kW, da musste ich gar nicht überlegen, den Punkt hat er auf jeden Fall gewonnen. Mehr hätte eigentlich nur der Corsa E geschafft oder der E 208 mit 100 kW. Den Corsa E habe ich übrigens auch schon getestet, einfach mal in die Infobox klicken, findet ihr jetzt verlinkt. Aber der Corsa E ist in einer anderen Preisklasse und auch in einer anderen Fahrzeugklasse. Das ist ja ein Kleinwagen und kein Kleinstwagen mehr. Wobei mir diese Fahrzeugklasse nicht so wichtig war. Aber er wäre teurer gewesen. Und wegen 15 kW, Leute. Und ich habe auch schon gehört, der Corsa E ist reichwertentechnisch auch nicht besser. Also da stand es ungefähr 1 zu 1 zwischen beiden Autos. Ich halte euch jetzt mal auf den Stand. In der Liste jetzt, nach den aktuellen Kriterien, wären noch drin gewesen Renault Zoe, Opel Corsa E und der Fährt 500 E. Die anderen sind eigentlich alle rausgeflogen und Peugeot E 208. Aber den fasse ich jetzt mal mit dem Corsa E zusammen. Der letzte Punkt hat dann eigentlich die anderen Fahrzeuge für mich rausgeschmissen. Und zwar das Design. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Fährt 500 E oder allgemein der Fährt 500 wird ja gerne suggeriert als Frauenauto. Finde ich gar nicht. Vor allem der Fährt 500 E wird recht häufig von Männern gefahren. Ich finde ihn auf jeden Fall schöner als eine Renault Zoe. Renault Zoe ist ja auch designtechnisch ziemlich mutig. Und ich wollte einfach kein Opel fahren. Das hört jetzt mal ein Auto aus, mit dem ich irgendwie kooperiere. Nicht so gerne. Der Corsa E ist schon ein schönes Auto. Aber es ist auch wieder diese Pragmatik-Sache, wie beim E-Up. Der übrigens auch in der Liste war, aber den habe ich jetzt mal nicht genannt, weil der einfach nicht lieferbar war. Und dementsprechend ist dann der Fährt 500 E von Design übrig geblieben. Ich meine, schau euch das mal an. Der hat Voll-LED-Scheinwerfer. Der E-Up zum Beispiel hat nur Tagfahrlicht als LED und der Rest ist halogen. Geht gar nicht in meinen Augen. Muss aber jeder für sich entscheiden. Ich hätte schon sehr gerne LED. Wenn man sich das hier anschaut, der vordere Teil, diese Augenbraue ist LED. Mein Abblendlicht, Tagfahrlicht, alles LED. Ich weiß, dass der Icon auch Abblendlicht hat als Halogenlicht. Aber es ist wenigstens konfigurierbar. Und das ist beim E-Up beispielsweise nicht der Fall. Und auch der Autopilot, Apple CarPlay. Oder um hier mal ein bisschen Bewegung in die Sache reinzubringen. Wenn man sich das mal anschaut. Klar, ich habe jetzt die teuerste Variante. Aber die Ledersitze oder allgemein das Display, das ist schon schön. Und das kriegt man auch mit dem Icon. Das war jetzt unabhängig vom La Prima. Aber die Italiener wissen einfach, wie man Design macht. Oder auch Fahrzeug-Innendesign. Das ist Jacke wie Hose, finde ich, in dem Fall. Und dementsprechend habe ich mich ein bisschen in ihn verliebt. So, der letzte Punkt, den ich noch beantworten wollte, war ja, wieso ich mich für den La Prima entschieden habe. Und nicht für den Icon oder Action. Oder Passion. Aber mit dem Passion weiß ich nicht, was da überhaupt los ist. Den kann man, glaube ich, gar nicht mehr ordern. Das muss ich auch noch mal genauer schauen. Übrigens, wundert euch nicht, wenn ich komisch gucke. Die Sonne blendet extrem. Aber ich hoffe, das fällt nicht zu sehr auf. Den La Prima habe ich ganz einfach genommen, weil ich ein paar Sachen extra haben wollte. Es ist ja so, also der Action ist von Grund auf rausgeflogen. Mein Autohaus hat mir den Action nicht empfohlen und ich selber wollte ihn auch nicht haben. Weil er hat das kleine Display und vor allem die Reichweite. Er hat ja die kleinere Batterie, die schlechtere Ladeleistung. Also 50 Kilowattstunden Ladeleistung. 190 Kilometer Reichweite, soweit ich weiß. WLTP. Wenn das falsch ist, dann schreibe ich es jetzt hier in den Text. Aber das müsste eigentlich schon ziemlich richtig sein. Ja, und da war ich zwischen Icon und La Prima. Und ja, eigentlich wollte ich immer den Icon haben, weil ich wollte mir eigentlich das Geld sparen. Ich habe mir immer gedacht, ja, Hauptsache elektrisch, das ist die Hauptsache und diese kleinen Extrafunktionen brauchst du einfach nicht. So denken ja auch viele, ist vollkommen in Ordnung. Dann war es aber so, dann fing es an, ich wollte gerne ein Glasdach haben, weil, gut, meine Mutter hatte ein Cabrio damals, aber ich kannte den Fiat 500 aus dem Urlaub bereits von Mallorca. Da habe ich übrigens auch mal ein Ladesäulen-Video gemacht, auch jetzt in der Infobox verlinkt. Da hat, also dieser Fiat 500 hatte ein Panoramadach und da habe ich mich ziemlich verliebt rein, optisch in dieses Panoramadach. Und es macht auch den Raum, vielleicht kann man das jetzt sehen. Also das Dach ist normalerweise viel tiefer, vielleicht sieht man das. Chancen stehen vielleicht relativ schlecht, weil man jetzt keinen Vergleich hat, aber das Dach ist normalerweise tiefer. Durch dieses Glasdach gewinnt man Raum und es kommt Tageslicht hinein ins Innere. Schiebedach gibt es ja auch, habe ich nicht genommen, fand ich jetzt auch nötig, aber ich wollte wenigstens den Himmel über meinem Kopf haben. So, das war also das Erste. Das Zweite war, ich wollte unbedingt eine Armlehne, weil ohne Armlehne fahre ich wirklich recht ungern ein Auto. Und ich habe mich sehr gefreut, dass der Fiat 500e das jetzt mittlerweile hat. Der alte 500 Verbrenner hat das ja nicht. Da waren wir wieder bei dem nächsten Upgrade. Ich glaube, in dem Paket mit inbegriffen war der höhenverstellbare Sitz mit der Armlehne, wenn ich mich nicht täusche. Ich möchte jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Das hat sich kostentechnisch noch im Rahmen gehalten. Und dann habe ich gelesen, es gibt einen Co-Driver, einen Autopilot. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ja, wir haben einen Tesla Model 3 und irgendwie ist die ganze Sache doch recht interessant. Dachte mir aber, das ist bestimmt unnötig. Aber dann habe ich mein Autohaus ein bisschen rumgerechnet. Da waren noch andere Kleinigkeiten. Was wollte ich denn noch? Ja, ich weiß schon gar nicht mehr. Also irgendwelche anderen Kleinigkeiten waren auch noch dabei. So ein Todwinkelassistent und so weiter war ja da auch in einem Autopilot-Set, glaube ich. Und dann ist man preislich abzüglich dieser 2.000 Euro nochmal vom Autohaus Richtung La Prima gewandert. Hätte ich den Icon genommen. Und dann hat mein Autohaus auch gesagt, wollen Sie nicht lieber den La Prima nehmen, weil ich glaube, der Icon wäre im Endeffekt 1.000 oder 1.500, 2.000 Euro billiger gewesen. Versteht mich nicht falsch, das ist viel Geld. Dafür kann ich mir einen neuen Laptop kaufen beispielsweise. Aber, wieso soll ich das tun, wenn hier das Ganze viel hochwertiger ist? Ich habe die Ledersitze. Was gibt es noch? Die schönen Felgen habe ich. Das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber ich hoffe, ihr versteht meinen Standpunkt. Also es hätte wirklich keinen Sinn gemacht, den Icon an meiner Stelle zu nehmen. Ja, also auch wenn ich Icons als Cabrio sehe, wenn man den Icon als Cabrio nimmt, hat man auch schon einen recht teuren Icon, weil das Cabrio einfach 3.000 Euro mehr kostet. Solche Dinge halt. Und die haben mich dann letztendlich zum La Prima geführt. War nicht in meiner Preisspanne eigentlich von 20.000 Euro, aber darauf gefissen jetzt mal. Ich glaube, das interessiert mich in 5 Jahren nicht mehr, ob ich jetzt das bisschen Aufpreis jetzt gezahlt habe. Dafür habe ich echt ein top ausgestattetes Auto und ich habe den Autopiloten. Wirklich, ich liebe diesen Autopiloten. Der funktioniert so klasse. Und ich denke mal, das ist recht verständlich, dass ich mich jetzt für den La Prima entschieden habe. Ich hoffe, ich konnte jetzt alle Fragen für euch beantworten. Falls das nicht der Fall war, falls irgendwelche Fragen noch offen geblieben sind oder allgemein Fragen, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich antworte so schnell, wie es geht. Ja, kann sein, dass ich das hier in der Sonne wieder vergessen habe. Ich trottel. Und ja, das war es eigentlich zum Video. Jetzt würde ich mich noch freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet und wie gesagt abonnieren würdet. Und ihr findet gleich in der Infobox noch eine Playlist und ein Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Fahrt elektrisch und bis dann Leute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.